Jo, Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Subsistence. Jo, die Infektion, ich habe das in der Aufnahme natürlich genau beobachtet, also Folgendes, wir hatten das seit gestern, wo wir die Folge angefangen haben, hatten wir die Infektion schon gehabt. Dann hat der Heiko in die Kommentare auch geschrieben, ja, das kann möglich sein, dass wir eventuell ein Stück rohes Hühnerfleisch gegessen haben. Und da habe ich dann dementsprechend auch nochmal auf meine Festplatte geschaut, dort wo ich das Video also fertig geschnitten habe. Ist ja auch nebensächlich, aber dort habe ich nachgeschaut, ich hatte ja hier dreimal Hühnerfleisch drin gehabt. Und die drei Hühnerfleisch, die waren aber eindeutig, so wie das hier zu sehen war, waren die eindeutig gar. Also nicht halbgar, die waren nicht roh und nicht halbgar, die waren einfach gar vom Zustand her. Hm, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, ne, auf jeden Fall haben wir die Infektion jetzt, aber ich weiß immer noch nicht, woran es halt liegt. Gut, müssen wir uns halt dementsprechend so lange durchkämpfen, bis wir dann eine Leber haben. Eigentlich könnten wir noch ein paar Pfeile machen, aber wir haben sieben Stück, ne. Warte mal, aber wir brauchen ja erst das Antiseptikum, also das Antiseptikum, ne. Genau, das brauchen wir ja, Seegras ist klar, fünf Stück, und dann brauchen wir eine Leber. Wir brauchen aber die Leber noch nicht, solange wir das Antiseptikum noch nicht haben, ne. Weil wir ja auch noch keinen Kühlschrank haben, der wird auch noch ein paar Folgen auf sich warten lassen. Als nächstes kommt jetzt erstmal der Ofen dran, dann der Strom- und der Massespeicher, Generator. Und dann können wir eventuell dann demnächst über den Kühlschrank auch nachdenken, aber vorher sollten die Sachen auf jeden Fall erstmal da sein, ne. Dann gehen wir erstmal auf den Felden hier und angeln hier erstmal in Ruhe. Wir gehen natürlich hier auf die Seite. So, dann werfen wir erstmal die Angel aus. Ja, kann ich mir halt nicht erklären, ne. Ich war auch nicht zwischendurch offline unterwegs gewesen, so wie es der Patrick kriegst wahrscheinlich auch Spaß auch, ne. Gesagt hat oder geschrieben hat. Keine Ahnung Leute, das ist ein Ding, was sich auch nie aufklären wird wahrscheinlich. Aber gut, wir hatten schon mal eine Infektion, wir sind lange damit zurecht gekommen und das werden wir jetzt so auch wieder, bis wir dann ein Gegenmittel haben. Und dann hat sich das auch wieder geklärt. Genau. So, dann gucken wir jetzt mal hier, was hier beißt. Ja, wir brauchen ein bisschen Protein. Wir haben zwar gerade auch in der Tasche einen Proteinriegel gefunden. Ich schleppe die Raffinerie mit mir rum, ne. Die wollte ich eigentlich hinstellen. Die lassen sich aber heute wieder feiern, die Fischchen. So, jetzt dann. Ich glaube, das könnte ein größerer sein, ne. Ich glaube, das ist ein größerer, ne. Ja. Yes. Ein großer Lachs. Schauen wir mal, was hier noch an beißt. Ja, es gab auch wieder ein kleines Update, ne. Bei Steam stand aber nichts drin, ne. Also wir sind jetzt von 60, 31 auf 60, 33, ne. Aber war auch bloß ganz klein, also nicht der Rede wert, ne. Deswegen hat wahrscheinlich auch nichts drin gestanden. Ich habe den Dietrich eingepackt. Vielleicht finden wir ja eine Lockpick-Kiste, wo ja gerne auch dieses Antiseptikum drin ist. Wir könnten es ja auch herstellen. Ich weiß jetzt aber auch nicht aus dem Kopf, was wir dazu brauchen. Ich glaube... Ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir brauchen auch Vergammeltes dafür, ne. Aber wir können ja dann gleich mal gucken. So, Ihnen große und Kleiner. Nicht schlecht. Wir können ja mal gucken. Wir kennen das ja hier medizinisches Tonicum. Ja, okay. Das könnten wir herstellen. Das ist nicht das Problem. Gut. Aber ich würde sagen, wir gucken heute in der Folge erstmal, ob wir eine Kiste finden. Und dann wissen wir auf jeden Fall am Ende der Folge mehr. Wie kennt denn das herstellen? Zweimal Fischöl und zweimal Heilkräuter. Das ist auf jeden Fall machbar. Was ist das da, genau? Level 2. Ja. Könnte man machen, ne. Aber wir wissen natürlich nicht, ob da eine Leber drin ist. Wo wir das vorhin mal die Infektion hatten, da haben wir ja ewig, ewig gejagt, ehe wir dann endlich mal die Leber gegönnt bekommen haben. Heute gucke ich gleich erstmal, ob Holz drin ist. Ah ja. Aber wenn wir was nachlegen, das kann nicht kapiert sein. Ach, ich hab hier Wasser mitgenommen, ne. Aber wir haben noch genug. Ich bin aber auch ein Trottel da. Gut. Dann machen wir uns ein bisschen Eiweiß zurecht. Dann könnten wir eventuell... Die Sticks habe ich gerade, bevor ich euch begrüßt habe, weggeräumt. Wir stellen nun auf jeden Fall schnell mal die Raffinerie auf, ne. Die stellen wir ja jetzt erstmal bloß so hin. Das kommt dann eh alles noch anders, wenn die Basis dann... Zumindest, wenn der erste Raum dann fertig ist. Ich möchte das diesmal auch ein bisschen verstecken, ne. Ich möchte das nicht unbedingt so frei im Raum stehen haben. Ich möchte das... Ein bisschen separat... Ein bisschen verstecken, ne. Ein kleiner Wirtschaftsraum. Das ist irgendwie schon was Feines. Okay, wir gucken gleich mal. Da haben wir hier... Also, das könnten wir auf jeden Fall machen, ne. Wenn wir eine Leber haben, könnten wir das dann machen. Gut. Aber wir werden erstmal schauen, ob wir eine Kiste finden. So... Hatte ich nicht irgendwo schon Elektrotelle? Haben wir bloß sieben Elektrotelle? Gut. Das ist für die Raffinerie auf den Dorf gegangen, ne. Gut. Gut. Ähm... Wir stellen sie erstmal hier neben die Kiste, würde ich sagen. So, dann haben wir die schon mal dastehen. Cool. Das macht der Strom. Er braucht noch ein bisschen... Für den Ofen brauchen wir 450. So, Massefabrikatual. Den Verwerter, den hatten wir letztes Mal gehabt. Da brauchen wir auch 500 Strom. Für den brauchen wir 1000. Ja, schauen wir mal, ne. Erstmal kommt dann auf jeden Fall der Ofen und der braucht 450. Genau. Gut. Abend wird's soweit sein. Gut. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg hier. Schauen wir mal, wie er gefüttert hat. Ja, wenn wir keine Lok-Kiste finden, vielleicht gehen wir dann in der nächsten Folge ja auch noch. Dann wird's schnapp. Okay. Ja, wer ist es? Ja. air Ja, wenn ich das richtig versteine, hier in dem Gebiet, könnten wir nämlich Glück haben, dass wir eine Lockpickkiste finden. Auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Taschen dastehen. Und einen dicken Baum. Eine Faser auch noch. Da haben wir ja wieder ein Elektroteil. Sehr schön. Das ist ein Räscher, aber noch nicht. Ja, das hat getäuscht, ne? Da hinten liegt Metallschrott. Aber gut, wir gehen erstmal weiter in die Richtung jetzt. Jetzt haben wir jede Menge Faser mit. Eventuell, wenn wir keine Finden könnten, war ja, wenn es nicht zulutte wird, auf dem Heimweg vielleicht dann auch mit einem Jagdversuch machen. Guck mal, hier haben wir auch Metallschrott. Ja, ich jag jetzt extra keinen Huhn, ne? Damit wir uns dann die Pfeile, die sieben Stück, die wir haben, eventuell für die Jagd aufheben, ne? Das ist ein Level 1, Wolf, ne? Das ist schon mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2018 ZDF für funk, 2017 zu Biokraftstoff verwerten, also schmelzen, wascht ihr die Hände, um einer Infektion vorzubeugen, aber die haben wir ja schon. Die Pfeiler haben wir gebraucht, drei Stück. Den einen haben wir ja daneben geschleudert. Ja, die Hände waren schon mal auf dem Rückweg. Obwohl wir könnten so vieles, ne? Ja, immer Fellmeer ist auch nicht schlecht. Wenn ich einen Hasen aufhebe, der noch lebt oder den ich frisch geschossen habe, dann habe ich keine blutigen Pfoten, oder? Weil wenn das nämlich der Fall wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es daran gelegen hat. Guck mal hier! Nice! Nice, nice, nice! Jede Menge Protein und hier, ne? Gut, dann brauchen wir also bloß noch eine Leber und das Seegras werden wir easy zusammenkriegen. Aber das brauchen wir auch nicht auf Vorrat machen, weil, ähm, das verdirbt ja auch recht schnell, ne? Gut, dann würde ich sagen, dann können wir auch noch ein Hühnchen mitnehmen. Und dann Hasen. Drei Pfeiler haben wir noch. Den empfinde ich jetzt sowieso nicht mehr. Das Hühnchen war gerade noch hier. Jetzt ist es nimmer da. Pech. Pech. Na gut, ist nicht so schlimm, ne? Halb so wild. Wir können ja hier mal runter ans Wasser gehen, dann waschen wir uns die Pfoten. Und nehmen gleich Wasser mit. Ja. Haben wir das jetzt aufgehoben? Ja. Was? Haben wir... Sehr gut. Wasser, ne? So. Wir könnten uns eigentlich noch ein paar Sticks machen. Nägel haben wir ja. Dann könnten wir auf uns noch ein paar Pfeile machen. Dann müssen wir das Hühnchen schlacken. Dann machen wir uns noch fix ein paar Pfeile. Vier Stück. Dann haben wir sechse. Welches Level ist denn der? Guck mal hier, wenn wir hier... Hier haben wir ja eigentlich freie Bahnen. Soweit. Wo ist denn der jetzt? Ja Level 3 ist der, ne? Aber... Naja, ne. Komm, hier ist gerade ein Erz runtergefallen. Ne, komm, da vorne... Wir suchen uns lieber einen, der nicht so... ...nicht so hochgelevelt ist. Hier sind auch jede Menge Hühnchen. Hier könnte man auch Pfeil noch stellen. Komm, wir nehmen uns noch eine Baumlaube mit. Guck mal hier. Dann sind das 8. Können wir uns den Wolf vielleicht auch mitnehmen. Lässt du uns der Bären die Tasche? Äh, jetzt kommt er gerade in die Richtung her, ne? Ich glaube, das geht noch gerade so. Ne. Ja, der hat uns nur gewarnt. Gut, dann lassen wir das mit der Tasche. Und das mit dem Baum, glaube ich, auch hier, ne? Äh, jetzt dreht er um. Da hinten ist ein Elch. Oh. An den habe ich schon ein Jahr nicht mehr gedacht. An den dicken Bären dort. Aber wenn wir noch einen Wolf ins Visier bekommen, dann holen wir uns den noch. Wohl den Level 3 Wolf, den hätten wir auch nehmen können, ne? Ich hätte mal gewusst, dass wir noch zu viele Pfeile finden. Wäre das ja überhaupt ja kein Problem gewesen. So, wir gehen jetzt aber zurück. In Richtung Base. Nehmen wir uns auch noch ein bisschen Holz mit. Ja, aber dann müssen wir auch noch nach Sägras tauchen, ne? Ja. Ah, könnte noch klappen. Das ist ja gar nicht. Aber wenn wir noch mal eine Pfeile nehmen. Da ist ja die Base. Das war's. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte auf ein Fundament gehen können bei der Base, aber ich bin mir nicht sicher, ob der da nicht hochkommt, weil die ja ganz schön niedrig sind. Gut, das war's. Drei Pfeile. Auch wieder keine Leber, ne? Aber Fleisch. Da brauchen wir vor der nächsten Folge wahrscheinlich gar nicht angeln gehen. Ach, ich hab's sehen, komm. Komm sehen. Sehen, komm. Der Pfeil ist, glaub ich, kaputt gegangen. Das war, glaub ich, das Geräusch, wenn die kaputt gehen, ne? Wir gehen uns noch mal die Pfoten waschen. Naja, wir haben eigentlich nichts zu befürchten, weil wir ja schon alles haben, aber... Der ist Level 2, ne? Warte mal, wie viel hab ich noch? Hier, Stück. Wir müssen aber alle sitzen. Oder? Warte mal, hab ich... Ach, das Schienchen haben wir ja gar nicht. Hm. Na, die Pistole haben wir ja auch noch zur Not, ne? Die Pistole haben wir ja auch nicht uswuslet gains. Man Fast ShadowAdalu, ich müsste das gut noch aufgehauen. Ja, ich habe auch nicht fertiggestellt. War dastafs。 Vor medications ähnlicher Ernst Donner, Sie, in der situação loyal. Pierdo Word-Gestol, Michael Jauer tiesstinner. quo書úc glydivckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle guten Dinge sind drei, sagt man so schön, ne? Nice! Dann gehen wir uns jetzt noch Seegas holen und dann haben wir schon das Gegenmittel. Hoffentlich verdirft das Fleisch nicht in Desseln, aber ich würde sagen, dann haben wir das erst mal erledigt. Wir müssen natürlich aufpassen jetzt, dass wir nicht auf Frühjahr nicht dachten, da steht was, aber da vorne steht das Erste. Hier ist das Nächste. Die nächsten Arge müssten ja auch bald Jäger einziehen, ne? Guck mal, haben wir hier was? Ne. Ne, das hat getäuscht. Guck mal hier. Nummer drei, ne? Jetzt sehen wir schon gar nicht mehr so richtig. Da vorne habe ich, glaube ich, eins gesehen. Ja, jetzt wird es kalt. Oder hat das getäuscht? Habe ich hier nicht irgendwo eins gesehen? Na gut, wir werden uns morgen Rückweg machen. Drei Stück haben wir jetzt da, ne? Ja. Zwei Stück noch, komm. Ja, wir haben wir eins, ne? Nummer vier. Guck mal, hier ist Nummer fünf. Nice. Jetzt müssen wir uns aufpassen, dass wir hier nicht in einem Golfrennen waren, ne? Wo ist denn jetzt die Base? Guck mal. Hit. Ganz falsche Richtung. Ja, wir nehmen mal ein bisschen die Spinne in die Hand. Ach, Mist. Oh Mann. Wie ist das so schief geht hier? Oh Mann, scheiße. Ach, wie kommen wir so Blödsinn. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. 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 Komm, 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 komm. Raus, raus. Schaffen wir das? Nee. Hau ab! Aber so weit sind wir nicht, ne? Äh, so weit weg sind wir nicht. Ne, hier sind ja schon Jäger. Ich habe mich schon gewundert, ne? Das leuchtet so. Sind die schon da? Mann, Mist! Da habe ich jetzt zu viel gewollt, ne? Ja, super. So brauchen wir jetzt bitte Habts. So? 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 Das wird auch löst. Ach, das ist doch scheiße. Aber ich sehe die Bales, glaube ich. Oder auch nicht. Ach, da ist er, ne? Ach, die zwei Tote mehr, das wollte nicht mehr sterben. Jetzt haben wir den Salat. Das Fleisch wird verdammt sein. Das Fleisch wird verdammt sein. Das Fleisch wird verdammt sein. Jetzt muss der genau bei unserer Bäste rumlungern. Wacke oder was? Guck da blöd durch die Wand, ey. Ach, Mann. So, Gegenmittel. Warum? Oh nein. Ist das doof. Und wo ist das Fleisch? Ist das auch weg, ne? Ist das ein Arsch, ey. Jetzt macht er uns unsere Base hier sündlos kaputt oder was? Das fehlt ja wohl noch jetzt. Komm, ernst noch. Komm, ernst noch. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wir müssen doch jetzt mal in Seegas hin hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Yes. Oh, Mann. Aber die zwei Tote nerven nicht, Mann. Ja, das war ein Kampf um das Gegenmittel. Wäre ja auch schade, wenn die Leber verdirbt. So, gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle jetzt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also, bis zum Sterben hat sie mir gefallen. Das nervt mich jetzt natürlich ein bisschen. Ist klar, ne? Aber es gehört eben nach wie vor dazu. Es ist keiner davor gefreit. Wenn wir brutal spielen würden, müssten wir natürlich noch vorsichtiger sein. Aber auch dann kann es natürlich passieren. Gut. Gerne ein Like da lassen. Gerne kommentieren. Gerne abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr über jedes neue Video benachrichtigt, was ich online stelle. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau. Euer Jens. Und bleibt mir gesund. Das macht es ihnen verrückt. Bill southuhan. stated約 7. Vielen Dank.